Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dying Light. Wieder mit Caelan und einer wie... Hallo! Vorsicht, hier können... Hallo und Vorsicht, hier könnten überall diese Zombies sein. Vorsicht, es könnten Zombies auftauchen. Kann Spuren von Zombies enthalten. Au. Warte, lass uns los! Lass uns los! Ja, ja. Ich... Oh, scheiße. Go. Äh, wir müssen in die andere Richtung. Ja, wahrscheinlich. Aua. So, dann schauen wir mal. Ich war ein bisschen langsamer, dann kannst du Pisi unterstützen. Ja, so passt schon. Ne, ich meine Caelan, der schießt ja. Aaaaaah. Aaaaaah. Hier rüber. Aaaaaah. Sorry. Falsch. Abgebogen. Verbogen. Alles gut. Oha. Wir haben ein bisschen gerade, wer fällt ein. Warum sind die so verflixt schnell die Dinger? Mit Nitro geht's aber. Ich seh die ja von hinten auf mich zulaufen. Das ist echt creepy. Ups. Oh, ja. Da war's mitgebracht. Uah. Oh, oh. Ich hab keine... Steig aus, steig aus, steig aus. Aaaaaah. Passt. Oh. Weißt du, ich hätt Minen benutzen sollen, aber ich bin tot. Ja. Fuck, ich hab ja gar nichts mehr in den Fernkampf. Sag ich. Aua. Und auch nichts mehr an Leben gerade. Ich muss mal wieder Munition kaufen. Caelan. Caelan. Ne, ist nicht. Aber ich glaub, da war zumindest direkt hier ein, äh, ein Ausguck. Das heißt, wir spawnen dann direkt hier vor dem Tunnel wieder. Hoffe ich zu. Boah, das wär gut. Das wäre sehr von Vorteil. Ansonsten... Ich hab wieder Punkte zu verteilen. Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Äh, Fahrerpunkte. Genau. Mechaniker ermöglicht es ihnen, äh, der Stufe 2 zu bauen. So, Fertigkeiten. Äh, Fahrerpunkte. Ja, tatsächlich. Direkt nebenbei. Ja. Nebenan. So. Okay, ich knack so lange dieses schwere Schloss. Wenn die droht, das ist doch schon mal nicht schlecht. Okay, das schwere Schloss ist geknackt. Gut. Perfekt. Ich hab ein erstklassiges, auch italisches, äh, Cepesch. Für 537. Wenn ihr ne bessere Waffe habt, sagt Bescheid. Äh, bei mir war ein Drachenbeil drin. Moment. 803. Also, ja. Moment, ich schockt dir gleich mal. Oh. Such. Hast du jetzt davon. Nächste kommt, glaub ich, auch gleich. Naja, hier in die Ecke. So, ein bisschen Licht. Oh, bist du da drin gefangen? Armer. Sehr schön. Irgendwas tolles? Wahrscheinlich ja nicht. Äh, was ist das? Das rote, seht ihr das? Wahrscheinlich müssen wir das jetzt säubern. Du meinst, das Symbol auf der Minimap? Ja, das Symbol auf der Minimap. Ja, wahrscheinlich die Anzeige, dass wir das halt jetzt säubern müssen, das Gebiet. Oder warte, das könnte hier im Bus sein. Bis zur Dämmerung. Okay, ich bin direkt hinter die PC. Leider keine kostenlose Reparatur. Ah. Da erwartet uns jetzt einiges. Na dann. Moment, Moment, Moment. Ich bin dafür ausgerüstet. Äh, wo sind meine selbstgebauten... Ah. Sehr schön. Ach, ist sie schon fertig? Ne. Ne, das waren das nur die zwei. Wofür haben wir 3000 Punkte bekommen? Äh, Nacht überlebt. Die Nacht ist vorbei. Dann kann man wieder ein Schloss. Ja, der ist echt witzig. Okay, hier... Äh... Kaffee. Eventar voll. Naja gut, das ist eh nicht so toll. Ich hab Kaffee bekommen. Ja, was ist drin? Du kannst es ruhig irgendwie aufheben und fallen lassen oder so. Ja, irgendwie 400 noch was mit Sichel, also... Oh, hier, hier, komm zu mir, 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 komm zu mir. Lack, Kaffee. Ah ja, sehr gut. Kaffee, du auch? Was? Hab ich was gepasst? Hier ist ein Lack. Ja, das ist Lackierung. Lack und Leder. Eine Lackkierung. Ah, die hab ich sogar noch nicht. Oh, Zombies. Oh, da vorne ist der Schattenjäger. Ich glaub, wir mussten ja eh für die eine Quest von denen welche zerlegen. Okay. Kiste ist offen. Sehr gut. Ach, das ist... Sind das nicht diese... Wir müssen eigentlich mal gucken, dass wir die Militärkiste hier kriegen. Hm. Ja, ich seh auch grad, ich hätte auch noch ein GAE-Paket, was ich abliefern könnte. Au. Moment. Ich bin down. Okay. Genau. Ich bin unschuldig. Die Punkte holen. Ah, okay. Ich hab mich schon gefragt, woran ich gerade gestorben bin. Ja. Autsch. Hä? Passt. So viel war das jetzt nicht. Vorsicht, ich schmeiß mit Granaten. Ja. Ich... Sieh es so. Aber dass die dich weghauen, aber die... den Zombies nix machen, das ist immer noch das Ungewöhnlich. Das sind dann Friendly Fire-Granaten. Was noch? Wapper, den hole ich mir dazu. Hat denn die Mini gekillt? Glaube schon, tatsächlich, ja. Ah. So, Leute. Ich hab so lange auf dich gewartet. Der Weg in die Stadt, den ihr nehmen wolltet, war voller Schattenjäger. Heilige Scheiße. Ähm, dann sind sie jetzt weg? Ja, dafür hab ich gesorgt. Du bist einer dieser Schüler, die ihren Lehrer eines Tages übertreffen werden kann. Es gibt nicht viel. Auch unter uns nicht, die so viel opfern, wie du es getan hast. Dafür danken wir dir. Äh. Wir können uns jetzt irgendwas bei denen dort nochmal holen. Ich helfe sie weiterhin den Kindern in der Sommer. Ich denke, wir haben das jetzt soweit, oder? Wir haben jetzt den höchsten Rang erreicht. Ja. Ich glaube auch. Es gab schon eine Errung geschafft. Wir sind jetzt hier jünger und haben das Akolythen-Outfit bekommen. Cool. Aber wir können auch irgendwo die abgegradete Armbrust uns noch holen. Hm. Vielleicht bei denen. Ja, ist hier. Schauen wir mal. Und bedenke, wenn du mit einer Wii unterwegs bist, es wird ziemlich explosiv. Ja, ja. Das ist kennengelernt. Ich hab's gespürt. Ich hab's gespürt. Oh, ein schweres Schloss. Blöd, dass man für Schlossknacken nicht irgendwie auch noch Punkte bekommt. Hm. Obwohl, normalerweise kriegst du, glaub ich. Was du tust, segne, Bruder. Du hast dein Leben für die Menschen hier aufs Spiel gesetzt. Und du darfst dich mit Recht einen Gesichtslosen nennen. Warte jetzt auf ein Zeichen. Hm. Dann warten wir mal auf ein Zeichen. Oh. Äh. Eine Handsäge mit gelben Streifen. Ja. Auch schön. Aber auch nur 500 Schaden. Ja. Was schön, wenn's nicht jetzt schlecht ist, aber... Meine anderen Waffen... Die Waffen, die ihr mir in die Hand gebt, haben immer 1000. Ja, ja. Du musst ja auch gucken, wo man bleibt. Ich weiß gar nicht, warum war das eigentlich jetzt so ein Job, der für die Jünger war? Nee, das weiß ich nicht. Wir haben einfach nur Punkte jetzt gekriegt. Ja, ja. Warum kriegen wir Punkte für die Jünger, wenn wir doch im Prinzip gerade etwas getan haben, um Leute von deren Kult wegzubringen? Nee, wir sollen ja allgemein den Leuten hier helfen. Das ist halt die Sache. Da ist es dann, ähm... Ja, zufälligerweise halt... Das... Ja. Also wir... Wir schaffen uns hier Ruf. Wir machen uns bei den Leuten beliebt. Und dadurch steigen wir halt auch bei den... Bei den Jüngern weiter auf. Das ist halt die Sache. So läuft die in der Arbeit. Man kann es jetzt jedem recht machen. Genau. So. Quest. Quest, 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 quest. Entwürfe. Rang. Genau. Haben wir jetzt alles? Hey Bruder. Hey. Hey Bruder. Guck rüber. Links. Moment, ich bin gerade im Menü. Hey. Was geht? Zusammenkunft. Ja gut, das... Haben wir jetzt ja soweit. Schauen wir uns vielleicht mal die Anomalien an als nächstes. Achso, bestimmt musst du ja auswählen. Äh, ja. Anomalien. Anomalien. Oder das mit dem... Ja, oder mit dem Flugzeug wäre halt auch noch eine Idee. Naja, machen wir erst mal die Anomalien. Das ist... Bang. Machen wir Anomalien. Ja. Dann können wir storymäßig oder ein bisschen weitermachen. So, Dax, wache raus. Was? Wir haben heute so... Oh. Fahr weiter, fahr weiter. Los, nicht stehen bleiben. Oh, der macht Schmerzen, der macht Schmerzen. Kyle, Herr Eski, ich bin am Tunnel. Bitte komm her so schnell du kannst. Ich muss mal wieder dahin zurück, woher kommen sie noch nicht. Ach, Mädel. Äh. Ich hab mir die Quest angenommen. Dieses Gör. Ja, mein Motor ist kaputt. Ja, irgendwas bimmelt hier ganz krass. Hm. Ja, ich glaub, meiner macht's halt auch nicht mehr lange. Ich brauch mal wieder mehr Schrauben. Ich hab euch mal ein Auto gebracht. Äh, scheinbar haben sie jetzt einen Schattenjäger übersehen. Ne, wahrscheinlich haben, äh, wahrscheinlich haben, äh, wahrscheinlich kriegen die mit, dass das hier ein Nest ist. Und die, äh, brüten sich aus oder was auch immer. Das kann natürlich auch sein, ja. Jungs. Ach, die ersten Gegner. Ach, die ersten Gegner. Doch wird halt auf mich, äh, ich kämpfe hier hinten gegen Rana und so. Es sind irgendwie, es sind irgendwie immer mehr Zombies hier. Ah, Dome ist esky. Hm. Ich wollte ja das Drachenball noch drop, Moment, ähm, fallen lassen. Wisst ihr was, wo ist ihre Freundin? Ja, wir haben gerade getötet. Wirklich? Ja, die, die liegt da hinten. Die hat sich verwandelt. Ja, ihr müsst mit ihr sprechen. Geht nicht. Ich kann alle mal weggehen. Ja. Sagt hier. Ist doch nicht mehr allzu viel übrig von dem Mädel. Bei mir liegt da nichts, weil ihr mal wieder nicht warten konntet. Ja, wir müssen, wir müssen weiter weggehen. Da hat die so eine gewisse Entfernung zwischen uns bringen. Esky, es tut mir leid, wir müssen jetzt hier mal ein wenig, äh, Hause machen. Wir brauchen ein wenig Abstand. Okay, alle, alle mal hier in Richtung Ausgang. So, bis hierhin, wo wir die Waffe ziehen können. Ja. Also sind wir aus dem sicheren Gebiet raus und jetzt können wir nochmal rein. Äh, ich hab immer die Waffe. Aber jetzt hab ich sie nicht mehr. Ja. Mal kurz ausbilden, wie wir anbilden die Krippe. Mach mal so. Sie, sie hat sich verwandelt. Vor meinen Augen. Aber, aber ich dachte, ihr wärt immun. Sie gehörte nicht zu diesem Scheißkult. Niemand hier hat sie akzeptiert. Aber wann wurde sie gebissen? Hast du nichts gemerkt? Es muss auf dem Weg zum Campingplatz passiert sein. Wäre es davor passiert, würde ich es wissen. Wenn's dir hilft, du hättest nichts für sie tun können. Nein, Kyle, es hilft mir nicht. Ich such deine Sachen zusammen, ich bring dich nach Hause. Nach Hause? Bist du verrückt? Ich kann nicht zurück. Dann wäre alles umsonst gewesen. Eski, komm schon. Kyle, hör mir zu. Wenn ich zurückgehe, sitze ich in der Falle. Das ertrage ich nicht. Jesus. Okay, okay. Geh, aber sei vorsichtig. Dieser Tunnel müsste in die Altstadt führen. Ich bitte meine Freundin Troy, nach dir Ausschau zu halten. Viel Glück, Eski. Danke, Kyle. Vielen Dank. Nächstes Mal bedenken, Türen öffnen, Leben halten. Ja, ja, genau. So. Oh. Hm. Was ist los? Jetzt? Äh, ich, ich bugge hier gerade. Ach, wir, wir starten einfach draußen irgendwas. Ah, jetzt. Ja, genau. Geht einfach weiter bis zur nächsten Quest, dann schaue ich euch nach. Gut. Dann. Ja, sieh ja noch Bescheid sagen. Aha, Schild ungewogen. Jetzt können wir jetzt nochmal zurückfahren. Zack, ich habe ein bisschen Gummi. Leider kein Benzin. Okay, ich habe ein Polizeiauto geknackt und da ist eine Geldbörse drin. Ja, immerhin. Wahrscheinlich, äh, Beweise. Warte, warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. So, fühlst du gerade aufhören. Es gibt aber komischerweise kein XP, soweit ich weiß. Äh, ja, gibt doch nix. Okay, ich kann fahren. Na gut, dann, äh, sagen wir nochmal Bescheid. Vorsicht, da vorne ist, äh, wir bringen diese Steinwerfer. Ja, ja. Steinbeißer. Das hat ordentlich gesessen gerade. Was ist eigentlich mit diesen komischen Kisten, die wir da, oder was haben wir gefunden? Wir hatten irgendwas wegen den, den Kisten von den Soldaten, haben wir so eine Sicherheitskarte doch gefunden, oder sowas. Achso, stimmt, ja. Ja, das gibt zusätzliche Kisten auf der Map, die man nur mit der, äh, mit der Karte öffnen kann. Ja, ich habe davon noch keine einzige gesehen. Ja. Ich glaube, es gibt vier oder fünf. Oh, ich glaube, ich gehe gleich drauf. Oh, ja. So, jetzt haben wir wieder einigermaßen geheilt. Ja, schon knapp gerade. Ich kann mich auch im Auto heilen, gut zu wissen. Ich bin safe. Ja, ich komme. Es trinkt mal wieder reparieren hier. Naja, komm. Dann reise ich mal hin. Wir können ja eh hier die Autos rufen. Ja. Dann kommt. Auf, auf. Ähm. Ah ja. Just in case, äh... Fehlt er noch? Just in case. Ja, siehe. Ich habe Sachen von Eski bei einem Tunnel gefunden. Vielleicht eine Schmugglerroute. Vermutlich bis nach Haran. Wie? Will nach Haran? Wird sie dort sicher sein? Du warst doch dort. Sag's mir. Ich will dich nicht anlügen, Yasir. Es ist dort gefährlich. Aber ich spreche mit meinen Freunden. Sie werden ihr helfen. Ich danke dir, Kyle. Alles klar. Das ist dann auch noch erledigt. Troll wird wahrscheinlich für Eski eher ein sehr gutes Vorbild sein. Denke ich auch, ja. Troll, mehr Clue. Ich glaube, das wird tatsächlich ganz gut passen. So, dann aktualisier dich mal bitte, Quest. Irgendwie scheint die so ein bisschen zu hängen. Äh. Übung ist sinnlos. Sagen Sie, hast du sie? Achso. Deswegen, also. Ah, jetzt. Bei mir steht immer noch, sagen Sie, Yasir, dass Eski fort ist. Ja, ja. Ja, bei mir auch. Das scheint sie irgendwie nicht so anscheinend zu... Naja. Wir beenden mal die Folge. Mal gucken, vielleicht wird's... Kommt das ja jetzt noch im Laufe der Zeit oder wird irgendwie... Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.